Willkommen auf meinem Spielplatz Es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen an, denn der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages merkst du er ist hier das Alpha-Tier Herzlich Willkommen, ein Schickes und Schickes da draußen Na, der Mama ist ja nicht im Haus Und daher hätte ich mir gedacht Kannst du mal nehmen auf Schöne Spiele, hä? Luigi mag die Spiele Luigi Man wendet sich nicht gegen Familie Okay, das war mal ein anderer Auftakt, würde ich mal sagen Hallöchen, willkommen beim Let's Build Ähm Ohne los zu schnacken Kopf in den Nacken Garten spielen Garten laden Small Feather Garten betreten Für Leute, die das wundert, dass ich das immer wieder sage Äh, Saatlöcher in die Erde machen Pff, weiß ich nicht Ähm Wo ich das immer sage Ganz einfach Hintergrund, damit ich das besser zusammenschneiden kann Im Endeffekt, damit ich weiß Wo ich ungefähr bin Und wir sind ungefähr hier Auf der Map Fast in der Mitte Oh, da hinten ist noch so leer alles, hm Der Garten da unten, der macht weiter schon alles drum und dran Ist gut, der plappt gerade einiges auf Ich bin am überlegen Also im Endeffekt müssen wir heute nicht wirklich was Umbenennen am Anfang Aber ich hätte mir vielleicht gedacht Wir könnten mal so einen kleinen So einen kleinen Weg Bauen Weg bauen in der Art und Weise Würde ich sagen Weil das Schöner Anfang wäre Ähm, wo habe ich denn? Da bin ich Also von hier aus Ne? Seht ihr den Kreis da? Hier so durchgehend Dann einmal hier Hier um die Ecke gehend Äh, und dann von hier aus nochmal hier so weitergehend Muss ich kurz gucken Und da aus dann Hier so durchlaufen Ah, dann kommen wir aber hier bei den Füchsen in den Weg Ah, ich verstehe Ja gut, wir können ja ein bisschen weiter weg machen Dann können wir auch hier an den Busch direkt vorbeigehen So halt, würde ich mal gerne machen So einen kleinen Weg hier halt Dann hier bei den Füchsen hier vorbeigehend Dann hier halt nochmal ein bisschen lang gehend So Halt, sehr schön Dann hier vielleicht so einen So einen kleinen Blumengarten anfangen Hier hinten in der Ecke Und dann hier Wenn ich jetzt hier vorbeilaufe Wo bin ich? Bisschen zu weit da So hier so Dann halt hier so runtergehend Dann den Weg hier so lang machen Und dann mal schauen Wo der Weg noch so hinführt Erstmal ein bisschen 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 Schönheit mal reinkommt Würde ich gerne machen Ähm Vorher platzieren wir erstmal Dass sie alles ein bisschen anders sind Das ist ja alles so recht Am Rand Das gefällt mir gar nicht Das kommt mal ein bisschen hier hin Die beiden könnten nicht vernünftig wachsen Bevor sich der Einplatz schnappen Bei uns den mal Platzieren den hier hin Das ist ja auch viel zu dicht nebeneinander Hier ist es in Ordnung Das passt zu alles Das gefällt mir Oh ja und wir sind ja kurz davor Jetzt erinnere ich mich gerade Kurz davor Ähm Einen Donut zu bekommen Was mir auch schön wäre Eine Idee So einen kompletten Sound drumherum Basteln Und dann nur einen Gartenzauner hinmachen Wo dann kein Arsch reinkommen kann Das wäre voll sinnlos Ähm Ja Würde ich jetzt einfach mal anfangen Würde ich sagen Davon müssen wir Warten mal Wir haben jetzt Neue Schaufel Gras mähen Loch graben Teich graben Okay hat noch keine neue Special Funktion Das hat sich ja letztens verbessert Ähm Ivor Bargain Gucken wir mal gerade Was der eigentlich zu bieten hat Das war jetzt eigentlich nur Glasgießkanne Hoppala Wanne Bonbon Zasterlaterne Schokoschniefer Ciao Was zum Fick hab ich mir da jetzt gekauft Kokon geschlüpft Was für ein Kokon Lol das ist unendlich scheiß Cool jo Okay Und der hier verbessert Nur noch irgendwelche scheiße Das will ich ja nicht Dann begeben wir uns Jetzt mal zu der Dame hier Guten Abend Niemals Fischbronn Können wir noch schön Könnten wir ja vielleicht Dann dafür verwenden Ein Vogelbart Wie süß Okay aber erstmal will ich Was anderes haben Aber wir haben noch gar keine schönen Kopfsteinpflaster Betonpflaster Backsteinpflaster Dann würde ich lieber den Betonpflaster nehmen Die kann ich hier anscheinend ohne Probleme langführen Ich wünschte du könntest endlich mal aufhören So ne Scheiße zu labern Was zum Fick Ein Bug Und ich lege jetzt mal aufhören 스햚 Also Achso, ja, Entschuldigung, ich war jetzt gerade irgendwie ein bisschen überlegen. Jetzt war ich komplett woanders mit den Gedanken. Ähm, ja. Können wir jetzt weitergehen, richtig? Letztens hat das nicht funktioniert. Erinnert ihr euch noch, dass ich letztens versucht habe, da einen Pflasterweg hinzuknallen? Ich belasse es, glaube ich, hier mit dabei. Wird dann hier einen Zaun drumherum basteln. Dann werde ich da einen schönen Blumengarten oder sowas hier pflanzen. So, und so ein bisschen hier oben zäunt halt so. Ganz, ganz bisschen, weil es schön ist ja halt, irgendwann wird hier wieder ein bisschen mehr und dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Können wir den hübschen Blumengarten halt da hinzaubern. Mache ich mal so noch hier direkt. Das kann ich so nicht machen. Man sieht leider nicht so viel. Warte mal. Wenn das jetzt hier eben gerade ging. Dann muss aber auch jetzt das gehen. Vielleicht kann ich nicht jedes benutzen. Morgen. Wie geht es heute? Helfer, Wunsmontal und in der richtigen Stimmung zum Geld ausgeben. Ich habe ja letztens versucht, die da hinzuknallen. Nee, sagt er, er ist im Weg. Halt die Fresse, du blöde Zicke, Alter. Nee, ist immer noch im Weg. Dein Problem ist, dass du keine gute Ware da hast. Du blöde Fresse jetzt, her damit. Ich weiß aber trotzdem lustig, wie sie dabei immer lächelt. Okay, es hat nicht so funktioniert. Und ich dachte, die werden hier mal weiß, aber die sind gar nicht so weiß. Das ist gerade so ein bisschen schwierig. Das ist gerade echt ein bisschen tricky. Ja, wenn wir das gleich noch mal machen. Entschuldigung. Wir können ja später noch alles einreißen. Das ist jetzt einfach nur so eine Sache, wenn ich jetzt mal dachte, man würde es ein bisschen in der Optik mal hier ein bisschen mal vorwärts bringen oder so. Dann machen wir das jetzt einfach mal. Wir können es ja immer noch verkaufen und dann was anderes hier hin machen. Wenn ihr eine Idee habt, schruttet es in die Kommentare. Guckt mal, was sich daraus machen lässt. Jetzt haben wir das erst mal so hier gemacht. Guckt mal. So würde das langlaufen. Können wir auch sagen, hier pass auf. Ich fahre jetzt mal provisorisch. Hoppala. So machen wir das erst mal. Hoppala. Da haben wir etwas, was jetzt nicht da sein sollte. Okay. Okay. Einkaufstour beendet? Also dann, ich meine, kannst du zahlen? Ja, 150 ist das nicht die Welt für uns. Wir lassen das jetzt erst mal so. Und machen das später weiter. Jetzt wollen wir mal wieder ein bisschen was verkaufen hier. Dann scheint wieder hier ziemlich viel hier. Das müssen wir gleich zerstören. Weißt du was? Ich kann es nicht anklicken. Scheiße. Wollen wir mal wieder ein bisschen hier was verkaufen. So. Und so. Und so. Wer ist mit dir? Jetzt müssen wir wieder kaputt machen hier. Und nochmal verkaufen. Das hier. Das hier. Das hier. Blah, blah, blah. So, und wieder ein bisschen hier reduzieren. Alter. Dammt, da hat gebraucht das Ewigkeiten, ey. Jut, Knut. Zaun steht noch. Alles komplett. Gut. Hier merke ich, dass es nicht vernünftig ist. So. Das steht da. Das hier steht. Und jetzt wollte ich noch... I don't know. Bitch. I don't know. Ich weiß, dass das eine gute Wahl ist. So. 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 So, würde ich sagen. Das passt. Das passt. Ähm. Jetzt müsste ich vorher erst mal... wieder haufenweise Gras hier hinmachen, damit das Nude-Gut auch sich ja nochmal hier blicken lässt. Und das haben wir nämlich ein Problemchen. Und ich will nämlich gleich ein bisschen Rasen wegschneiden. Jetzt müssen wir wieder ausgleichen, natürlich. Wir sind ja so kurz davor, jetzt einen Nude-Gut zu bekommen. Dass sogar meine Katze hier aufgeregt ist. Was machst du denn jetzt schon, Billa? Pst. Weg. Damit der Hacke. Äh. Tschuldigung. So. Hoppala. Jetzt habe ich ausgedehen. Passt. Eine, bitte. Ich sehe es schon kommen. Der macht mir das gleiche alles kaputt, ey. Ich muss mal gerade meinen Kader in dem Sinne was wegnehmen. Ich will nämlich gerade was anbasteln. Und das möchte ich nicht, dass er jetzt in seiner Spiellust kaputt macht. Habe ich echt null Bock zu. Nein, nein, ja. Ich mache es jedes Mal, oder? So. Ich finde es so schade, dass ich die Viva Pinata Musik nicht verwenden kann. Weil die ist echt schön, ey. Die ist richtig super. Aber leider darf ich sie nicht verwenden. Und deswegen habe ich immer meine eigene Musik. Und wenn ihr vielleicht Musik habt, die ihr gerne mal verwenden würdet, sagt mir Bescheid. Und ich werde mir die Musik dann runterladen. Euch dann hier verlinken. Bisschen Werbung für euch machen. Und ich habe dann dafür Musik. Das ist doch mal ein Angebot. Den kann man nicht so schnell abschlagen. Ich komme jetzt noch ein Fehler wie ein bisschen Pokémon, dass gerade der Schneider im hohen Gras einsetzt. Das habe ich das mal gemacht. Wenn ihr hohes Gras hattet und dann Pokémon da gespielt habt. Dann ist nämlich genau das passiert. Das hat nämlich das hohe Gras weggemacht. Ja gut, damit hätten wir das Feuer nicht gerade löschen können. Aber ich wollte, dachte mal kurz, da können wir den Bunny-Konken mal helfen. Hat sich ja erledigt anscheinend. Was wir jetzt noch bräuchten. Was wir jetzt noch bräuchten. Was wir jetzt noch bräuchten.